Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 17. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 524 und wir gehen in der letzten Woche auf Weihnachten zu. Montag, sprich heute in der Woche, ist ja schon Weihnachten und dann die fortfolgenden Feiertage. Ich habe die folgenden Themen mit dabei. Apple Music, faltbares Smartphone mal zwei, Google somit inkludiert, eine Panne und Socken. Wie kriege ich das nur alles unter einen Hut? Apple Music will ja auf Amazon Echo kommen. Im Tauschgeschäft quasi, könnte man fast schon sagen, hat ja Amazon die ganzen Produkte von Apple wieder ins Sortiment aufgenommen. Die ganzen ist leicht übertrieben, denn HomePod ist nicht mit verfügbar, weil der zu stark direkt das eigene Produkt konkurrenziert. Spannend, spannend. Auf jeden Fall ist jetzt in den letzten Tagen, gestern und vorgestern, schon ein bisschen verfrüht Apple Music auf den ganzen Amazon Echo Boxen gelandet. In den Staaten zumindest. Weltweit ist das Ganze noch nicht ausgerollt und das war ja die Befürchtung von Anfang an, dass das Ganze zuerst nur in den Staaten kommt. Die Frage ist jetzt natürlich, wann kommt es auch global, nicht nur eben in den Staaten. Und die weitere Frage ist, wird es nur auf den Amazon eigenen Geräten, also den Echo Produkten gehen oder wird es auch auf Amazon zertifizierten Alexa Geräten funktionieren? Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen, respektive Wochen, die Antworten hoffentlich auch darauf bereit haben. Weiter geht es mit Microsoft. Die sind ja vor ein paar Jahren leider aus dem Smartphone-Geschäft ausgetreten oder haben das Ganze abgesäbelt und begraben. Dass sie wieder zurückkommen, das Gerücht gibt es ja immer wieder und auch immer wieder mal neue Bilder, neue Mockups etc. Und es gibt auch immer wieder mal neue Patente und eigentlich bin ich nicht so der Typ, der in Richtung Gerüchte und so weiter geht. Doch faltbare Smartphones, wir hatten es schon mal mehrfach hier im Podcast, aber auch im News-Format vom Geek Talk. Es ist doch etwas, was uns im nächsten Jahr begleiten wird. Da weiss man ja schon, zumindest Samsung hat seines gezeigt, Google hat gezeigt, dass sie das Ganze von der OS-Seite her begleiten werden. Bei Huawei weiss man, dass sie auf der MWC irgendwas zeigen werden in der Richtung. Und nun ist jetzt wieder ein weiteres Patent von Microsoft aufgetaucht, das quasi mit einem kleinen Scharnier zwei Bildschirme zusammenhält, respektive aufklappen lässt oder wieder zusammenklappen. Mit dem Knopfdruck das Ganze entsperren lassen kann. Und noch ein paar weitere Details könnt ihr nachlesen in der heutigen Geek Talk Daily 524 daily.geektalk.ch Da findet ihr die Links dazu. Ich bleibe gerade bei dem faltbaren Smartphone. Wie ich ja vorher gesagt habe, Google unterstützt das Ganze auch von der OS-Seite her. Das haben sie auch direkt nach der Samsung-Vorstellung des faltbaren Smartphones gesagt und gezeigt. Und jetzt bringen sie auch drei eigene Patente raus, wie das Ganze mit diesem Falten dann funktionieren kann. Die erste Lösung oder das erste Patent geht in die Richtung, dass der Faltradius nicht so gross ist, also quasi nicht bis ganz runterfalten lassen kann. Das ergibt weniger Druck auf das Display und lässt das einigermassen langlebiger gestalten. Die zweite Möglichkeit ist die Verbesserung der Haltbarkeit von den ganzen flexiblen Bereichen mit einem bestimmten Material. Und die dritte Idee ist, dass man das Ganze über einen elastischen Schaum, Schlee oder was ähnliches lösen möchte. Das klingt irgendwie noch am coolsten und würde ich dann doch am ehesten sehen wollen. Aber das denke ich ist dann doch ein bisschen weiter in die Zukunft als nur eben nächstes Jahr. Wir werden es sehen. Bei Facebook gab es im September eine Panne. Zumindest im September wurde sie aufgedeckt. Erst jetzt leider an die Nutzer weitergegeben. Ziemlich unschön. 6,8 Millionen Facebook-Nutzer sind davon betroffen, die eine dieser 1500 involvierten Apps genutzt hatten. Denn die Apps hatten plötzlich kompletten Zugriff auf eure Smartphone-Fotos. Also die Bilder, die ihr auf dem Smartphone habt. Und das ist schon ein bisschen unschöner. Facebook will jetzt da ein bisschen nacharbeiten und später auch die Möglichkeit bieten zu zeigen, wer das da involviert war. Ich hoffe, die Lösung bringen sie ziemlich schnell online und vor allem auch die Möglichkeit, wie man das Ganze wieder beheben kann. Zu guter Letzt kommen noch die Socken, die Versprochenen. Ne, wir sind ja noch nicht bei Weihnachten und es werden noch keine Socken ausgehangen. Google Maps. Hinter denen stecken die sogenannten Google Maps Local Guides. Ich bin zeitweise auch einer von denen. Ich reiche da immer wieder mal ein Bildchen ein und eine Bewertung und solche Geschichten oder Berichtigungen. Änderungen an den ganzen Einträgen auf Google Maps. Und für all diejenigen hat Google sich was ausgedacht. Eben leider nicht für alle, sondern wahrscheinlich nur für die Fleissigsten. Die wurden angeschrieben, wie die physische Adresse von den jeweiligen Local Guides ist. Und diejenigen haben dann auch ein Paket bekommen mit Local Guides Socken. So in einem Mintgrün. Ziemlich schick und oder farbig zumindest. Lustige Idee. Tolle Möglichkeit der Community zu danken. In letzter Zeit gab es ja immer nur, in Anführungsschlusszeichen, nur digitale Dankesgüter. Wie irgendwelche Codes für Videos und so weiter. Endlich wieder mal was in der Offline-Welt. Ist doch auch toll. Wenn ihr solche Socken entdeckt und oder selber welche bekommen habt, meldet euch doch über Social Media und oder über die Kommentare. Wir würden uns freuen. Ja, das war es jetzt. Die Neuigkeiten, die ich für euch habe zusammentragen können zum Wochenbeginn. Euch einen guten Start in diese neue Woche. Einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, wir hören uns gerne morgen wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.